Kann ich hier vielleicht irgendwo, ist hier irgendwo trocken, trocken, trockenreinigung, ne, okay, hm, ich müsste nur hier spielen können, naja, aber wie soll ich da sonst drüber kommen, ich verstehe es nicht, hm, war ich da schon mal drüben, ne, oder, ich stelle mich wahrscheinlich gerade immens blöd an, wahrscheinlich ist das eh ein Ort, wo ich ohne Probleme hinkam, naja, egal, ich glaube, ich lasse das jetzt mal, weil das wird jetzt sicherlich schon richtig interessant für euch werden, hier, tauchen, hoch, Das ist interessant, das ist wieder anders unter Wasser, ja, doch, wahrscheinlich gibt es hier eine Stelle, wo ich hier ohne Probleme durch kann, sieht das hier identisch aus? Ja, hier sieht es identisch aus, okay, mal durchchecken, sieht das hier identisch aus? Ja, hier, ja, hier, ja, macht richtig Spaß gerade, ne, hier, ja, hier, Ja, hier, ja, blöderweise auch, naja, gut, hier, sieht auch komplett anders, okay, hier, auch, ich finde aber die Bäume da drüben, Sehr interessant, ja, gut, wie es aussieht, ähm, wird das nischt, ich lasse mich gern hier, runter sausen, ähm, Nun gut, ähm, ja, dann, Ich hatte ja, oh, warte mal, hm, ähm, 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 ach ja, ähm, 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 ja, verwehrung, verwehrung, gut, ich komme nie ran, das wird nicht gehen, wo war der zweite Block, ach ja, den habe ich schon, aber irgendwie wird es gehen, ich habe keine Ahnung wie, vielleicht gucke ich mir mal nach, Was wir aber dennoch jetzt noch machen müssen und auch machen werden, ist nochmal hier nach unten zu stürzen, genau, weil ich so schön war, wahrscheinlich bringt das da drinnen eh genau gar nichts, Aber, naja, man kann es ja nicht wissen, vielleicht kann ich hier mit den Flossen auch schneller durch, ne, keine Ahnung, Nein, ich habe mich schon wieder verdrückt, Was wir auch hier auf jeden Fall noch machen müssen, ist jetzt ein bisschen Marta Action, ja, das sind jetzt so Folgen, die irgendwie wahrscheinlich gar nicht lustig sind und gar nicht Spaß machen und so, hm, Kann ich mit dem Flos da drüber, ne, Naja, egal, obwohl ich könnte, wenn ich das Flos da drinnen hätte, naja, das habe ich, ach ja, praktisch direkt über den Teleporter, ähm, wir werfen mal den Kern ein Und ich werde jetzt, glaube ich, in den Wald gehen Und im Wald mal nach Marta Ausschau halten Nein Es wird schon spät, habe ich das Gefühl Zack, zack Krieg er sich keiner, genau Zack, ach ja, und wir werden uns jetzt mal schnell die Belohnung vom Deko-Baum ab, äh, vom, ah, nicht Deko-Baum, natürlich vom Marko-Baum Hallo Marko-Baum Der Riesen-Kern des Marko-Baums, damit durchdringst du die Mächte des Bösen Wie schade, du kommst zu spät Oh mein Gott Gib auf, Link, erkennst du noch immer nicht, dass all dein Streben völlig vergebens ist Ah, oh mein Gott Wir sind die Gerudo-Hexen Twinrova Wir werden uns an dieser Welt bedienen, ganz gleich wie sehr du dich bemühst Die finsteren Riten werden bald beginnen Behalte unseren Namen in qualvollem Andenken Der Name der Twinrova Ohohohohoho Aha Ja, toll Link, es ist Twinrova Twinrova Wer hätte mit dem Auftauchen der Gerudo-Hexen Twinrova gerechnet Was ist bloß ihr Plan Ich empfinde nichts als Qual Ganz so wie Twinrova hoffte Die Welt ist im Untergang geweiht Halte Königin Ambi im Schwarzen Turm auf und bezwinge Wehren Bitte Ja Schön Gut Aber wir gehen erstmal jetzt hier rein Hast du ein Geheimnis für mich? Willkommen, Link Ich bin bla 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 Geheimnisse, Halle der Geheimnisse Geheimnisse, Gestalt, Bestimmte Zeit Geheimnisse, Geheimnisse Bla 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 Schön Aber ich gehe erstmal nach oben Weil da oben soll es ja jetzt Oh, ein Gascher-Kern Und es sind Höhlen aufgegangen Nehme ich eine Fee zum Beispiel Schadet dir auch nicht Blub, 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 blub So, und was ist da drin? Äh Ah, Kerne aufsammeln Okay Ja, aber es ist interessant Und der Marco Die Kronen des Marco-Baums sind toll Kann man Kerne aufsammeln Gibt es da sonst noch Späße? Ah, da ist auch ein Gascher-Kern Ich denke, ich sollte die Beete etwas bepflanzen Dann würde ich wahrscheinlich Äh, wieder massenweise Ich werfe hier einen Sturm-Kern nach den Äh, einen Pegasus-Kern nach den anderen Nein Ja, ist egal Hier ist auch noch einer Wahnsinn Und was ist da? Da gibt es wahrscheinlich auch Kerne, oder? Ja, sehr schön Lauter tolle Kerne Gut, ähm Dann werden wir jetzt als nächstes Auch wenn mich die Leute dafür hassen werden Werden wir noch ein paar Mal Martha besuchen müssen Beziehungsweise Sie muss uns besuchen So Ähm, ähm Was wollte ich machen? Ach ja Ich wollte ja eigentlich in den Wald gehen So, wir haben das Tausch-Quest abgeschlossen Das ist schön Wir haben das Level-2-Schwert Wunderbar Wir haben hier einen alten Mann mit Bart Und ein Hütchen Ähm Genau Und ich will jetzt Martha diesmal im Wald begegnen Weil wir haben hier auch immer noch so eine Kiste Wo ich bis heute noch nicht genau weiß Wo man die eigentlich Wie man zu der hinkommt Wahrscheinlich ist so ein Vergangenheit-Gegenwarts-Dings Hey, hey, hey Na ja So, wo wird die Hexe auftauchen? Eigentlich ist das jetzt ja blöde Gibt's ja doch nicht so viele Gegner, wie ich erhofft hatte Oh Ne, eigentlich gibt's ja gar keine Gegner Ähm Okay Hab mich verplant Wir gehen wieder woanders hin Wirf einen Zestürmkern Ach Gott, hier kann ich mich hier wieder Abbruch Danke Abbruch Abbruch In die Vergangenheit Ob das hier im Wald klug ist, weiß ich zwar auch nicht Aber egal Spiel mal Ja Ach, das ist ja praktisch Wir sind ja genau neben Soll zu meinen Erkanen umkehren Hab ich mir natürlich nicht gemerkt Wo ich spielen kann Kann ich hier spielen Wahrscheinlich stecke ich jetzt wieder im Baum fest Oder? Ja Es ist zum Heulen Und gehen wir hier hin Mein Getränk ist auch schon wieder leer Ja gut Zumindest Zumindest diesmal haben wir's geschafft So Sturmkörnchen Und rüber hier Hier da In den Kugelkamm Und nach unten Zwei, drei Gegner besiegen Und zurück in die Gegenwart Ich werde jetzt einfach hier so lange herumlaufen Bis mir diese lustige, tolle Hexe unterkommt Einfach aus dem Grund, weil ich volle Herzen haben will, wenn ich dem Endboss entgegentrete Ist einfach so Mag jetzt stur sein von mir Und arrogant Vielleicht auch etwas ignorant Aber dafür bin ich berühmt Höre ich zumindest immer mal wieder, ne Von Leuten Keine Ahnung wieso Ähm Ja Zack, 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 zack Viele Gegner töten Und Die Hexe Martha Hoffentlich bald mal wieder treffen Und auf keinen Fall hier Nein, auch nicht diese Die da Brauch mal So Na Birdies Yay Ja, da ist jetzt blöd Aber Na ja Bisschen freier Platz ist ja Hallo Nein Bleibst du hier? Und wieder kein Herzteil Hei, 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 hei Ja, ich will auch so einen Staubsauger haben Ja, seht ihr Der Platz wäre eh nicht gut gewesen Drum gehe ich da Ja, bla, bla, bla Ist okay Dann gehe ich da jetzt rein So Jetzt gucken wir mal Zwei Gegner Ich zähle jetzt mal mit Drei Gegner Vier Gegner Fünf Gegner Sechs Gegner Sieben Weil es heißt Nach 30 Gegnern Sollte die wieder kommen So, sieben Gegner Acht Neun Zehn Elf Ist jetzt sehr interessant Zwölf Jeder kann selber mitzählen natürlich 13 Ihr dürft zählen, weil ihr könnt mich auch nicht stören damit Irgendwie so Kennt ihr die Leute, die wenn einer zählt 14 Wenn einer wirklich zählt und sich konzentriert 15 Die dann irgendwelche Zahlen reinschlagen 16 So wie zum Beispiel 27.355 Haha 17 Ja, solche Leute Das geht gar nicht 18 Oder waren es nur 20 Gegen, ich weiß gar nicht 19 20 21 22 23 Ja, das ist manchmal ziemlich nervig Ja, und zum Glück ist keiner da gerade, der das macht 23 24 25 26 27 28 29 So, und jetzt machen wir eins, jetzt machen wir hier 30 31 32 Und jetzt müsste sie ja kommen, die liebe Hexe Ja, das ist wirklich so Gut Aber ich werde jetzt nicht jedes Mal mitzählen Weil das ist natürlich auch etwas blöd Die mit ihrem Punkt Punkt Toll Wo ist das Herzteil, meine Liebe Das bedeutet jetzt für mich zumindest, dass ich hier Ähm, ja Was wollte ich eigentlich jetzt sagen? Es reicht, wenn ich hier alle Bildschirme einmal alle Gegner umbringe Sollte es ausreichend sein Oder nicht ganz, aber so halb irgendwie Keine Ahnung Ne, natürlich Ich meine Zweimal Alle Bildschirme Das wollte ich eigentlich sagen So Ja Gut, egal Ja Wahrscheinlich müssen wir die jetzt 20 Mal treffen Bis wir das Herzteil erhalten Und übrigens, also Meine lieben Abonnenten, die sich die Videos auch regelmäßig angucken Solche Stellen wie hier jetzt Soll ich die rausschneiden? Oder soll ich die drin lassen? Wie gesagt, ich bin ja kein Freund von Sachen rausschneiden Weil ich will euch ja da wirklich alles zeigen, was ich mache Und natürlich habe ich auch den, äh, Nebeneffekt, dass ich viele Videos habe Und dann wieder faulenze Denn ich bin ja faul Aber Ich weiß nicht Da sind die Meinungen immer gespalten Sollte ich sowas offscreen machen? Hier die, die Hexe suchen? Oder Ähm, soll ich das nicht offscreen machen? Es gibt ja Es gibt ja da echt dann Let's Player Die schneiden ja wirklich jede Kleinigkeit sofort raus Ähm Das finde ich Gehörte dann Das ist ja genau Let's Playen Dass man da gemeinsam quasi, äh Das Spiel erlebt Und auch die Die, ähm, ja Stellen, wo es jetzt irgendwie etwas langwieriger ist Und so Die sollte man ja auch gemeinsam erleben Also so Das ist zumindest für mich Let's Playen